Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Mein Name ist Janik Nürnberger, ich bin Mitarbeiter der Firma Europe Marine und wir sind seit fast 40 Jahren mittlerweile im Bootsgenre. In Budenheim bei Mainz am Rhein stellen wir für Sie 130 verschiedene Boote her, jedes davon ein Unikat, eigens auf den Kunden abgestimmt. Wir befinden uns nun vor dem neuesten Modell der Viper Serie, der Viper V263. Wenn wir am Heck bei diesem Boot beginnen, sehen wir die große Badeplattform. Wenn die Rückenlehne nach hinten geklappt wird, verfügt die Heckliegefläche über eine Breite von fast 2,55 m. In der Mitte der Sitzfläche befindet sich ein Cockpit-Tisch mit einem rechten Winkel, sodass Sie sich nicht die Füße anstoßen. Das Armaturenbrett der Viper 263 ist schön aufgeräumt. Auf der linken Seite sehen wir unser Fusion-Radio. Dieses Fusion-Radio ist kompatibel mit jedem Handy, sodass Sie Ihre Musik zu jeder Zeit auf die Boxen bringen können. Ein weiterer Kniff der Viper 263 ist die in der Tür integrierte Treppe nach vorne. Auf diese Weise können Sie mit einem breiten Aufgang nach vorne auf den Bug gelangen. Abschließend möchte ich noch etwas über die Kabine sagen. Wir haben da unten Platz für mindestens zwei Personen. Dieses Boot erhalten Sie schon für unter 100.000 Euro. Je nach der Ausstattungsmöglichkeiten können Sie natürlich den Preis nach Ihren Wünschen ausdehnen. Allerdings ist dieses Boot in der Klasse relativ einzigartig für die Preisgestaltung. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeux. Mein Pool.